Schauen wir uns nun an, wie wir die Unstetigkeit einer Funktion mithilfe des folgenden Kriteriums beweisen können. Hierfür müssen wir zunächst einmal die Funktionen definieren, deren Unstetigkeit wir nachweisen wollen. Und hier können wir so etwas schreiben wie, sei f, es folgt die Definition von f, eine Funktion mit f von x gleich und wir schreiben die Zuordnungsvorschrift von f hin. Nun ist es so, dass eine Funktion genau dann unstetig ist, wenn sie an mindestens einer Stelle unstetig ist. Diese Unstetigkeitsstelle definieren wir uns und hier können wir so etwas schreiben wie, diese Funktion ist unstetig an der Stelle x0 gleich und wir schreiben die Zahl bzw. die Stelle hin, die wir nun in folgenden betrachten wollen. Nach dem vollen Kriterien ist eine Funktion genau dann unstetig, wenn es mindestens eine Folge xn gibt, die gegen x0 konvergiert, deren dazugehörige Folge der Funktionswerte, nämlich f von xn, aber nicht gegen f von x0 konvergiert. Diese Folge xn haben wir durch irgendeine Methode gefunden und können nun hinschreiben, wählen wir nämlich die Folge xn mit xn gleich, es folgt die Definition des enden Folgenglieds, so liegen alle Folgenglieder im Definitionsbereich von f und wir haben. Hier eine Anmerkung. Es ist wichtig, dass alle Folgenglieder xn auch im Definitionsbereich von f liegen, also Argumente der Funktion sind. Dieser Nebensatz kann durchaus entfallen, wenn dies offensichtlich ist, beispielsweise, wenn wir direkt sehen, dass unsere Folgenglieder alle reell sind und der Definitionsbereich von f die Menge der reellen Zahlen ist. Wenn dies aber nicht offensichtlich ist, sollte dies zusätzlich hingeschrieben werden und gegebenenfalls sogar bewiesen werden. Nun, nachdem wir unsere Folge xn definiert haben, müssen wir zwei Dinge zeigen. Zunächst einmal müssen wir zeigen, dass xn gegen x0 konvergiert. Dies kann in einer Gleichungskette geschehen, beispielsweise, indem man die Grenzwertsätze ausnutzt, aber man kann auch andere Methoden verwenden, beispielsweise, indem man direkt die Epsilon-Definition des Grenzwertes verwendet. Und die zweite Sache, die wir zeigen müssen, ist, dass der Limes n gegen nun endlich von f von xn nicht f von x0 ist. Dies behaupten wir nun in einem Satz und müssen dies nun nachweisen. Für diesen Beweis gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine wäre, dass man irgendwie zeigt, dass f von xn gegen eine Zahl konvergiert, aber dass diese Zahl nicht f von x0 ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir unsere Argumente xn so gewählt haben, dass die Folge f von xn divergiert. Auch das wäre eine Möglichkeit. Also es ist schon ausreichend, wenn f von xn divergiert, um mithilfe des vollen Kriteriums die Unstetigkeit zu beweisen. Du siehst hier also ein Schema, welches du anwenden kannst, beziehungsweise an dem du dich orientieren kannst, wenn du mithilfe des vollen Kriteriums die Unstetigkeit einer Funktion nachweisen möchtest.